Hey Leute, heute mit dem Thema Macht, Anerkennung und Bestätigung von außen Sinn. Gut, wo fange ich hier an? Ihr alle wisst, dass ich hier in wirklich jeder Situation der Meinung bin, dass ihr euch selbst ein Grundgerüst aus Selbstvertrauen aufbauen und damit eure ganz eigenen Ziele verfolgen solltet, die euch erfüllen. Das gilt quasi immer. Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass ihr euch damit zu absolut charakterstarken und gefestigten Menschen entwickelt, wie es sie heutzutage gar nicht mal mehr so oft gibt. Das schafft ihr, indem ihr selbstbewusster werdet. Danach handelt, was euch auf dieser Basis langfristig innerlich gut tut und glücklich macht und euch so Stück für Stück der Person annähert, die ihr in jeder Lage gerne seid. Wenn ihr auf diesem Weg seid, dann macht ihr immer mehr für euch selbst und wachst an euren Aufgaben. Ihr motiviert und diszipliniert euch selbst, weil ihr merkt, wie gut euch das tut und wie positiv ihr euch jeden neuen Tag plötzlich sehen könnt. Das ist so, da ihr euch selbst bestätigt und nichts davon mehr primär macht, weil es auf einen Tag X zugeht, an dem ihr euch so präsentieren könnt und euch die Anerkennung anderer weiter auf eurem Weg bestätigt. Also solche Geschichten wie ins Fitnessstudio gehen und dann am Wochenende aufgepumpt in den Club zu gehen und da Komplimente für zu kriegen oder sich eine schnelle Karre zu kaufen, um Status zu repräsentieren, das kann nicht unbedingt jeder und man sticht damit aus der Masse raus. Aber was es mit einem innerlich macht, das ist der Scheiß dabei. Nehmen wir das Auto als Beispiel. Es gibt zwei Möglichkeiten, es zu betrachten. Einmal, um Status zu zeigen, zu zeigen, was man hat, schneller fahren zu können als andere, sich die Bestätigung also zu einem Großteil aus dem Außen zu holen und sich gut zu fühlen, weil man mehr erreicht hat als andere. So, und jetzt gibt es die Möglichkeit, das Auto als Zwischenziel zu sehen, als etwas, das einem Spaß macht, was einem selbst, immer wenn man es sieht oder es fährt, zeigt, wohin man es geschafft hat und dass man noch weiterkommen will, also quasi Anerkennung für die eigenen Leistungen, Fähigkeiten und so lange durchgehalten zu haben. Damit verknüpft das Wissen, das noch weiterhin zu schaffen, generell dazu in der Lage zu sein, Bestätigung von innen für sich selbst. Und die beiden verwechseln viele, bzw. reden sich ein, dass es alles für sie ist und nichts damit zu tun hat, was andere davon halten und wie sie damit ankommen. Der Witz an der Geschichte ist der, dass das eben genannte Beispiel nie zu 100% von außen oder innen kommt. Das macht es einem leichter, sich selbst zu sagen, wie sehr man das Thema im Griff hat. Nur, wenn man es zu 10% für sich und zu 90% dafür macht, angesehen zu werden, dann sollte man das selbst wissen und auch anpassen können. Jemand, der in diese Diskussion reingeht und sich selbst rechtfertigen will, der entlarvt sich hier auf gewisse Art und Weise selbst, denn seine Gedanken gehen in die Richtung anerkannt und im Recht sein zu wollen. Jemand, der das genannte Auto nur für sich hat, grinst eher und wechselt das Thema zu etwas, was ihn mehr interessiert. Es kann uns also so im Griff haben, dass wir unsere Zeit dafür opfern, unsere Bestätigung von außen zu sichern, obwohl wir möglicherweise noch nicht erkannt haben, dass unser Gegenüber in dem Fall einfach recht hat. Jetzt ist Bestätigung von außen aber nicht unbedingt schlecht. Ihr sollt nicht leben wie ein Mönch und bloß da Geld oder Zeit reinstecken, was euch zu 100% interessiert und glücklich macht. Aufmerksamkeit von außen zu bekommen ist normal. Was ich euch hier vermitteln möchte, ist, dass ihr euch niemals davon abhängig machen dürft. Wir sind Menschen und brauchen ein gewisses Maß an zwischenmenschlicher Interaktion. Wir haben diese Urangst des Verlassenwerdens nicht irgendwoher. Zwar sind wir nicht mehr wie früher darauf angewiesen, um zu überleben und gemeinsam im Außen stark zu sein, aber in unserem Inneren. Wir vereinsamen sonst und können uns durch die fehlende Übung nicht mehr sozial integrieren. Es fällt uns einfach nach langer Zeit komplett allein schwieriger, daran anzuknüpfen. Das ist aber auch ein Extrembeispiel. Was ich sagen will, ist, dass es gerne einen Teil in euch geben darf, der es schön findet, Respekt, Aufmerksamkeit und Bestätigung von seinem Umfeld zu bekommen. Man kann nicht durch die Welt gehen und denken, dass es einem total egal sein sollte oder sein muss, was andere von einem halten. Wenn jeder, mit dem wir zu tun haben, unsere Methoden infrage stellt, wir nirgendwo anknüpfen können und denken, dass wir alles selbst schaffen und uns selbst aufbauen müssen, dann haben wir noch nicht das Prinzip des Menschseins und unseres Unterbewusstseins verstanden. Wir sind für ein Grundgerüst verantwortlich, mit dem wir zu 100% glücklich sind, entspannt und auch mal allein sein können, ohne dass uns alles zusammenbricht. Wir sollten dieses Alleinsein als Ruhepol sehen, indem wir uns wieder erden und uns bewusst machen können, was es heißt zu existieren, indem wir den Status quo für uns selbst feststellen und schauen, wo wir noch Verbesserungen für unser Leben erreichen können. Alles darüber hinaus, über diese 100% im Inneren, die wir selbst zu verantworten haben, geht ins Außen und erweitern zusätzliche Prozente durch die Bestätigung und Anerkennung anderer unser Glück. Diese könnten wir selbst nicht erreichen. Bevor mir jetzt jemand damit kommt, aber mehr als 100% gehen doch gar nicht, stellt euch die beiden, also innere Bestätigung und äußere Bestätigung, auch als verschiedene, keine Ahnung, Kreisdiagramme vor. Der Trick besteht eben darin, dass man seinen Fokus nicht so stark auf das Außen richtet, da das Innere immer etwas darunter leidet und aus denen 100% inneres Glück und vielleicht 20% äußeres plötzlich nur noch 60% innen und 30% außen werden. Denn wenn im Außen dann mal was wegbricht, richtet sich der Fokus wieder auf die eigenen inneren Reserven und man ist nicht mehr davon abgelenkt, dass einem dort etwas fehlen könnte. Wichtig ist also zu jeder Zeit, dass man innerlich glücklich ist und seine eigenen Bedürfnisse nicht vernachlässigt. Nicht mal für Kompromisse in einer Beziehung. Da wären wir wieder beim Frame. Es gibt einen Spielraum, der für euch in Ordnung geht und in dem ihr euch an den Verhandlungstisch setzen könnt. Aber herauszufinden, wo diese Grenze für euch selbstpersönlich liegt, ist verdammt wichtig. Und man muss wirklich berücksichtigen, wer man selbst sein will. Nicht mal unbedingt, wer man ist. Es gibt immer Entwicklungspotenzial zu Eigenschaften hin, die einem positiv erscheinen und die man anstrebt. Hier sollte man in seiner Überlegung die Tatsache integrieren, dass man unabhängig von anderen und seinem Umfeld funktioniert, aber nicht unbedingt sein volles Potenzial ausschöpft. Auch hier muss man sich von einem neutralen Standpunkt aus bewusst machen, wo man gerade steht. Es gibt nichts Schlimmeres, als zu denken, dass man weniger von etwas abhängig wäre, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Denkt mal dran, was jetzt passieren würde, wenn ihr alle Kontakte abbrechen würdet und alles, was ihr habt, unwiderruflich weg wäre. Wo wärt ihr dann nach ein bis zwei Monaten? Würdet ihr in eine tiefe Depression stürzen oder wisst ihr, dass das Leben weitergeht und vertraut darauf, dass ihr schon einen Weg finden werdet? Das ist Selbstvertrauen. Vertrauen in euch selbst, eure Fähigkeiten und das Wissen darum, dass man alleine irgendwie eine Lösung finden wird, die einen wieder glücklich machen kann. Dass das nicht so toll wäre, lasst ihr jetzt mal außer Acht, das ist klar. Euer erstes Gefühl, dass ihr bei dem Gedanken habt, ist das Wichtigste. Das multipliziert ihr mit zehn, denn man fühlt sich immer anders, wenn so eine Situation wirklich eintritt, als man sich das vorher vorgestellt hat. Ist es einfach nur Ärger, beziehungsweise macht ihr schon innerlich Pläne, wie ihr da rauskommt? Super. Seht ihr aber nicht, wie ihr da jemals wieder rauskommen solltet oder wie ihr wieder an Leute kommen sollt, die euch da raushelfen? Seht ihr vielleicht kurzfristig keinen Sinn mehr, weiterzumachen, weil doch jetzt eh alles scheiße ist? Dann verlasst ihr euch im Alltag vermutlich zu sehr auf Aufmerksamkeit und Bestätigung von außen, denn ihr könnt euch innerlich nicht wirklich abfangen. Diese innere Ruhe, von der ich immer rede, ist nichts, was in Extremsituationen noch vorhanden sein muss. Im Alltag merkt ihr diese vielleicht, wenn ihr euch selbst immer wieder positiv bestätigt und in einer Aufwärtsspirale immer selbstbewusster werdet, beziehungsweise mehr Selbstvertrauen bekommt. In wirklich schlimmen Momenten kommt es darauf an, wie sehr ihr diesen Ruhepol in euch selbst integriert habt. Dann zeigt sich, wie viel klarer eure Aussichten sind und wie sehr ihr euch auf euch selbst verlassen könnt. Davor ist es einfach zu sagen, dass man das ja erreicht hätte und zufrieden ist. Was ist Zufriedenheit? Stellt ihr das mit innerem Frieden auf eine Stufe? Wenn ihr es bisher so definiert habt, dann streicht das direkt wieder. Zufriedenheit ist in Ordnung, aber übergeordnet ist immer euer Weg. Bleibt ihr stehen, weil ihr zufrieden seid, ist es negativ. Denn alles um euch herum entwickelt sich weiter und nur ihr nicht mehr. Man kann auch zufrieden sein und diesen Weg weitergehen. Warum spreche ich das jetzt zum Schluss noch an? Weil es diese Zufriedenheit ist, die sich in Beziehungen zu Faulheit entwickelt und die unser inneres Grundgerüst ganz langsam schrumpfen lässt, während wir es mit dem, was wir von außen an Aufmerksamkeit erhalten, ersetzen. Daher fällt das dann nicht direkt auf. Kommen wir weiter voran, ist die Chance geringer, sich abhängig zu machen oder das Glück mit Bestätigung von außen aufzufüllen. Man kann nichts auffüllen, was bei 100% ist. Und deshalb benutze ich diese 100%-Metapher, anstatt euch zu sagen, 80% muss von euch kommen und 20% von anderen. Nein, 100% muss von euch kommen, damit ihr für euch alleine steht. Und jeder Prozentpunkt, der von außen dazukommt, ist schön, aber er muss auf einem anderen Blatt Papier stehen. Und ihr müsst euch das bewusst machen. Sonst landet ihr irgendwann ganz unten. Macht's gut und bis zum nächsten Video.